Hallo, wir sind Shadow Phoenix und damit gehts weiter mit einer riesen Zombie-Runde, wahrscheinlich letztes Jahrhundert zum Aufnehmen und so. Also jo, mehr Komo, Kiwi, wieder dabei, und wir spielen Brickfoss, bla bla bla. My Little Pony! Das ist gut komisch, können wir. Das ist ja echt gesorgt. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung und so, aber ich hätte auch was auch müssen. Und der Sebastian ist wieder weg. Also, gehen wir! Auf geht's, Bursch, enttöten und siegen. Die Map ist christmas. Also passt es halt so mit den Version. Und der Pauli! Ich gehe eigentlich in der Konfe. Ja, und du bist gerade irgendwie enorm laut bei mir, aber... Ja. Tut gerade weh. Wie ist denn ihr beim Konfi? Er schießt nieder. Jetzt lebt man immer so hin. Ich habe auf einmal wieder live gekriegt. Das finde ich sehr komisch. Booga booga! Wir werden dich finden. Nein, du wirst nicht. Mach es tot, Kiwi! Nein! Was ist Marse tot? Nein! Was ist Marse tot? Wo ist der? Was ist? Wo ist er? Urgh What? Panik herrufe Wer hat das gerade nur mit Glück überlebt? Ja das war lieber Nein, das war jetzt einfach gerade nur mit Glück Du bist der Boss, interessant. 17. Das wird ein Herzbomb. Dad, ich fühle mich nicht mehr wie ein Zombie. Ich fühle mich nicht mehr auf. Egal, aber das ist irgendwo, das wird ausgebrochen. Das ist ausgebrochen. My little pony, ach, das ist mein Lieblingsspiel. Der Kiwi-Hack, der ist da irgendwie rumgekriegt, er ist dumm zu rumgekriegen. Was ist? Er ist dumm zu rumgekriegen. Wo, 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 ich hab nix geschockt. Geh um mich! Ich hab gewinkt. Kenley hab ich gewinkt. Mein Platz. Du hast einen Platz. Du hast einen Platz. Wenn ich es nicht so bin, dann accountantieren wir da. Whenever der Titel wird, weiß ich noch nicht genau. Wenn ich es nicht so sein kann, ist das ja alles zufrieden. Also was ich noch nicht so einfacher bin? Ich hab mich noch nicht die Sachen gemacht. Ich hab's einen Zusatz. Ich hab mir doch mal an der Schmutz. Ich hab's schon mal an. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's schon mal an. Mompompa Decker auf Socks hoch B Dr hier im Kompanis Ich bin der Zulett mit mit Nitzung leckchen über Super was dort ist so mitzconnitik nur einke wer da er hekt Mein Lidl Pidoo Was tut jetzt? Mhm Nein, ich will wieder runter Okay, ich will wieder runter Aber das war einfach zu Ja komm Es ist so spannend, was du tust So spannend Ja, schlag mich Schlag, schlag, schlag Schlag in die Wand Kiwi, du hast komische Teile da Kenle, du hast Kiwi erschießen Ja komm rein, hier oben Kiwi, du hast Kenle erschießen Ein Zombies in deiner Mama, Mama, nicht einfach in der Dorsig Find nichts da Ja Alle nehmen einen Kick Wen kennt er, weil er Hohenzone ist Ja, Bari Ich wollte es gut aufhangen Zwei Sanu Wo ist der Kiwi? Du Wo Kiwi? Nein Er fliegt im Tod Nein, ich fresse Wo ist Mom-Bomber? Um an einem Baum Im Baum Oh, der Komo Der rennt grad im Baum auf dich Nein Der Komponben Ist doch ein Der인지hme Die Shake es Schön wie er sich Ciao Ich bin wieder zu Z oo wie er sich verschont Wer ist Zombiel? Diener Aus Kiwi Aus Anziger Ist er nur so? Ja nur so Bis ich euch haben Ja okay, ist klar Ich versteck mich jetzt Shadow Oder nicht Er trifft mich, obwohl ich 5 Blöcke entfernt bin Habe ich auch schon mit dich gemacht Nein, aber bei dir was Lob ist schon Hier nicht Da war ich wirklich 5 Blöcke entfernt Wäre halt halt geschlafen Mhm Hilfe, ich habe Angst Ich fahre immer nur so ein Whip vorhin Ich fahre immer nur so ein Whip vorhin Sie sind da Ich habe Angst Ich versteckt mich Uahhhhhh Uahhhhhh Seil von 20 Timm mal Hacker Das ist ja grad Peste Ja, was ist Seil von 20 Timm mal Ja komm mal Dream Team, komm schon Die Hacken Die Hacken, die wissen wo ich bin So machen wir's Und wir bringen den Hacken dazu Einfach die Seiten zu wechseln Wir haben Radar, bitte Nein, du schalt's mir nicht raus Das ist Kurova Kiwi Am Dach Am Dach, ja Am Dach, ja Hörschau, der Kiwi wurde umgebracht Jetzt hat er den Raum verlassen Da Irgendwann ist er dann Auf Naja Wohl was wo ist Du und du, wo ich toll stehe wo Typ Mh Kann ich das grad gehen? No,... Ich hab' immer gesagt Er fällt mir eine Art, er hat da noch wie über 140 Rüstung. Cool, gell? Ja. Ich kann endlich mit den Hackern mithalten. Ich hab' gefunden. Bring ihn um. Ich komm' zu dir. BAM! Brav. Brav. Mumis schwungen. Das wäre aber geiler Schwung. Dafür müssen wir da und hoch machen. Ist nicht so, dass alles extra verlangt, aber... Ach, da und hoch. Da und hoch oder ich bringe ihn um. Nichts gegen euch. Da. Ist er bei euch? Ah. Wo ist er? Scheiße. Du schaust ihm an und wirst dann so mige. Tschüss. Da. 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 Neben mir auch aufhören. Ich schaute, wir müssen die Position halten. Herz. Wo ist er? Bei uns. Was? Okay. Ich hilf euch. Ah. Ist er bei euch wieder? Na? Da unten sind zwar... Oh Scheiße. Scheiße. Die kävern zu mir. Die kävern zu mir. Ah. Ah. Stirb. Was kommt in der Hand vorbei? Gib. Bring um. Bring um. Renn weg. Boah. Gut gemacht. Alter. Was ist der? Man muss uns irgendwie sammeln oder so. Mit Vögelig überlebt. Waaahhhhhh. Ja. Ah, das geht nicht vorsichtig. Das ist ja gar nicht los. Ach. Vögelig. Ne. Ich hab dich von deinem Leiden befreit! Du bist frei! Du bist frei, flieg! Ich fliege! Ja, fliege! Gibt's einen kleinen Headshot? Du hast die bessere Waffe auf Entfernung, wenn es auf mittlere Distanz und auf Entfernung kommt. Ja, ist da kein Leid. Jupp. Nie über Angst. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass er nicht umbringt! dort rum ich habe ihn auch dann einmal angeschossen wird von dir weggekriegt ist und habe fast da und ganz lustig zu ich versuche mit einem blickschotzen gehen er hat ein blickschotzen anders war es gegangen aber der typ muss um ihn dazwischen gehen drüben ist er das das die Betten auf den Markt ist dort ist der Glück durch Kindes zu umgehen Foto Was ist? Kennen die Saar Sozial Band zu haben. Sollte ich mir auch mal nexta Runde … oder? Ja! Geil. Die habe ich aufm Blick schon verpasst. Naaaaaaaaaaaaaaaaaaannn DAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Banzian machen geht quarts Da geht dann gleich schon mal ja krieg durch gucken Ich hab probiert Kann leider keiner noch bier Wenn du das Video siehst gut hört, die ouler Schau, gib da Der Typ siehst, wie den toll mair hat killed ja was war es mit anderen möglich ich bin die schwarze Liste ja ich würde mir auf die schwarze Liste gehen du willst mir auf die schwarze Liste gehen ich bin schon böse ja ich würde gerne weiter aufnehmen ich meine so aber leider kann ich nicht also ich muss ab und so das war's mit aufnehmen Cheerio und Tschau Jupp jetzt mach ich noch schnell ich bin noch mal kurz AFK ja jetzt mach ich eine kleine Änderung und Cheerio lad viel Spaß damit wir irgendwann wieder noch andere Sachen hören ob ich nicht zu lange reden oder ja einfach Cheerio und dann schönen Abend gut okay Machen реб